Mit ARK Genesis 2 sind viele neue Kreaturen ins Spiel gekommen und zwar auch der Astro Delphils, der Weltraumwahl und wie man den schnell einfach zähmen kann. Schauen wir uns heute mal an. Moin, mein Name ist Nico der Profi und hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um ARK und hier wird der ARK Genesis 2 Content rausgeballert. Hast du darauf Bock? Lass ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein, weil wie immer habe ich natürlich alles für euch vorbereitet, was wir heute brauchen. Also wir müssen natürlich in Space Biom, so viel ist schon mal klar und wir können eine relativ einfache Taktik machen. Denn der Astro Delphils ist ziemlich treu, wenn es darum geht uns zu verfolgen. Dementsprechend können wir hier eine Easy Agi Trap eigentlich machen und dafür nehmen wir hier fünfmal das kleine Steintor mit und zwei verstärkte Dino Tore. Außerdem kann es hilfreich sein, wenn ihr ein bisschen Netzprojektile dabei habt und eben eine Harpunenschleuder und ich nehme hier irgendwas, womit ich schießen kann. Dann können wir aus der Distanz ganz einfach und ohne Gefahr den Astro Delphils anschießen und er folgt uns dann einfach. Und natürlich, wir brauchen Element und im Idealfall sogar noch den Sattel. Den habe ich nochmal kurz dazu geholt, den gibt es allerdings erst ab Level 120 und ich würde sagen, wir legen mal los. Also ich weiß jetzt, dass hier bei mir in der Nähe ganz, ganz viele Astro Delphisse sind und dementsprechend bauen wir mal so eine kleine Agi Trap einfach auf. Ganz unproblematisch und wenn wir schon dabei sind, können wir auch mal Elemente auf den letzten Slot ziehen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, wir bauen einfach so die Tore hier hin. Wichtig ist, dass wir so ein bisschen Platz lassen, dass wir auf jeden Fall dann durch die Lücken rauslaufen können, wenn wir den Astro Delphis dann reingezogen haben. Und dann setzen wir einfach nochmal jeweils einmal vorne und einmal hinten ein Tor hin. Und auf der Seite, wo wir dann den Astro Delphis reinziehen wollen, müssen wir mal gucken, das ist vielleicht ein bisschen groß. Wie dem auch sei, wir probieren das einfach mal damit aus, ist relativ groß, müsste passen. Auf der Seite, wo wir ihn reinziehen wollen, machen wir ganz einfach mal das Tor auf und dann ziehen wir ihn da gleich rein. Wichtig, ihr könntet ihn natürlich auch einfach easy im Space ziehen, wenn wir ihn da irgendwie sehen, können wir anfangen. Meistens sind aber ein paar mehr noch um ihn drum herum, deswegen auch die Netzschleuder noch mit dabei, damit wir uns da ganz entspannt hier rausziehen können. Ja und bei diesem Format geht es ja auch darum, das so einfach wie möglich zu gestalten, so gefahrlos wie möglich. Wir haben da jetzt mal ein Level 65er, Level 24, Level 58, ich versuche mal gerade den mit dem höchsten Level rauszusuchen für uns. 9, Level 24, ich glaube 68 war gar nicht so schlecht hier vorne, oder? 65, wir nehmen mal den mit dem Level 65 und fliegen einfach mal in seine Nähe, beziehungsweise wir könnten ihn jetzt auch einfach einmal anschießen, dann würde er uns auch schon direkt folgen. Er folgt uns auch schon so direkt, nee, folgt nicht. Das war sehr traurig. So, da haben wir ihn einmal gehittet. Er folgt uns jetzt, wichtig, die sind relativ langsam, das heißt wir können uns schon ein bisschen Zeit auch lassen. Fliegen jetzt hier ganz entspannt rein. Lassen wir uns mit 10 ein bisschen runter und wie viel Element ihr braucht zum 10, das schlagt ja am besten im Dodox nach. Da sind mittlerweile, glaube ich, alle Kreaturen oder fast alle Kreaturen eingepflegt aus Genesis 2. Er folgt uns hier schön. Wir schweben hier rein und orientieren uns dann schon mal Richtung Falle. Da haben wir die Tür aufgelassen. Lassen ihn auch ruhig ein bisschen rankommen, ne, der macht auch schon ein bisschen Schaden, das ist nicht so das Problem. Wenn wir da schnell genug sind. Und so, haben wir schon eine schöne Linie wieder, dass wir ihn reingezogen kriegen. Wir rennen schon mal einmal komplett durch. Er folgt uns komplett rein. Wir gehen einmal raus. Und machen direkt das Tor zu. Ah, perfekt, guck mal, da kommt er auch nicht durch. Jetzt, ja, ist eigentlich der easy Part. Jetzt petten wir ihn ein bisschen. Also, es steht halt immer direkt da, da können wir ihn mit E einfach petten. Und das geht gleich immer wieder so weiter. Wichtig ist, am Anfang brauche er ein Element. Laut Dododex ist es so, ein Element, drei Element, fünf Element, dann zehn. Und dann fängt er wieder bei eins an. Jetzt können wir ihn auch schon wieder petten. Und da können wir schon mal ein Element reinfüttern. Und das wird sich jetzt, wie gesagt, so ein bisschen erhöhen. Und ja, das ist eigentlich die einfachste Methode und stressfreiste Methode. Ich habe es auch ausprobiert mit einem Enterhaken. Allerdings werde ich da dann immer abgeschmissen nach einer kurzen Zeit. Dementsprechend feiere ich das nicht ganz so. Und mache das dann gerne so. Wir können ihn nochmal wieder petten. Also, wir müssen ihn immer wieder ein bisschen streicheln, sozusagen, bis wir ihn füttern können. Fun Fact, jetzt brauchen wir sogar drei Elemente. Also, wir haben Dododex angesagt. Und ihr seht, der Zehnfortschritt geht dann schon sehr viel schneller hoch, wenn wir eben auch mehr Elemente verfüttern müssen. Ja, und jetzt müssen wir im Prinzip nur noch so ein bisschen warten, dass wir ihn immer wieder so ein bisschen streicheln können, sage ich mal. Und dann haben wir uns auch schon gleich ein Astrodelphys gezählt. So, und jetzt noch ein zweites Mal streicheln. Und dann können wir beim dritten Mal wieder Elemente verfüttern. Und da haben wir ihn schon gezähmt. Und wenn ihr euch jetzt vorstellen würdet, ihr macht das einfach im Weltall, dann läuft natürlich Gefahr, dass ihr irgendwie von Voltwürms noch angegriffen werdet. Oder, oder, oder. Und ja, so läuft einfach am wenigsten Gefahr, dass ihr überhaupt irgendwas abbekommt. Beziehungsweise, es ist ja super entspannt gewesen jetzt. Und super stressfrei der Astrodelphys. Astrodelphys, komm einmal zu mir, mein junger Freund. Oder meine junge Freundin, es ist ein Weibchen. Ja, und mit dem Sattel ausgerüstet können wir das Ganze hier dann auch fliegen. Und wir haben jetzt keinen Treibstoff drin, müssen natürlich ein bisschen Elementen mit reinpacken. Und so, mit Steuerung links können wir dann in diesen Schubmodus hier auch gehen, dass wir ein bisschen schneller sind. Kommen wir mit Steuerung links auch wieder raus. Dann sind wir aber allerdings wieder sehr, sehr langsam. Und dann können wir eben den Astrodelphys hier auch mehr oder weniger gut, wenn man es denn könnte, kontrollieren. Könnt ihr schießen, könnt ihr, also mit der linken Maustaste eben ganz normal schießen, wenn wir die linke Maustaste gedrückt halten. Also den Primärangriff, dann laden wir den quasi auf und können jetzt, wenn wir gleich ein Tier oder eine Kreatur finden, diese anvisieren. Da vorne ist was. Und dann ist das quasi so ein Zielsuchschuss. Wir haben noch diese Attacke auf der Leertaste. Das ist quasi die Sprungtaste. Da bin ich mir noch nicht sicher, was die kann, ehrlich gesagt. Ich habe es auch an Tech-Dinos und so weiter ausprobiert, hat nichts gebracht. Kann sein, dass es wieder eine Art Stun-Attacke oder ähnliches ist. Wichtig, wenn wir aus diesem Modus raus sind, haben wir die Funktion auch nicht mehr, die wir vorher hatten. Also das geht dann nicht mehr. Und wir können auch damit noch Granaten verschießen. Dann würde ich sagen, das machen wir auch nochmal kurz. Denn das ist eine richtig coole Sache. Also dafür müssen wir natürlich auch wieder in den Schützmodus gehen und mit der rechten Maustaste müsste das dann sein. Genau, können wir dann hier die Granaten rausballern. Es ist so krass, Alter. Es ist einfach so crazy, was da für eine Explosion hinter steckt. Also es waren jetzt da 400 Damage, ne. Ist jetzt nicht so überkrass und das ist jetzt auch nicht immer ein Instant-Kill oder so. Gut, da ist eine Hygiene jetzt gestorben, aber diese Explosion, die da kommt, die finde ich einfach so geil und unglaublich krass. Ah ja, genau. Mit C, also es wäre dann quasi die dritte Attacke, kann man noch hier diesen Looping fliegen. Den kann man auch noch steuern und abdrehen, dass man nochmal komplett voreiners hinfliegt. Bisschen die Gegner verwirren. Und mit X, genau, macht man so ein 180 und kann nochmal dann auch in die Gegengesetze Richtung fliegen. Auch mega nice auf jeden Fall. Also sehr, sehr agil. Ihr könnt auch, wenn ihr zweimal in die linke bzw. rechte Seite drückt, also A und D, könnt ihr auch so eine Fassrolle machen tatsächlich. Es ist schon crazy. Was mir allerdings gerade auffällt, ist, dass der Nahrungswert jetzt heftig gedroppt ist von 5k auf unter 600 gerade. Gut, wir können ihn einfach hochfüttern. Keine Ahnung, wo das mit zusammenhängt, ob das mit dem Fliegen irgendwie zusammenhängt, das ein Grund ist. Beispielsweise, warum das runtergeht. Ah, genau, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, wir testen das mal nochmal kurz. Also, wir sind gerade geflogen mit dem Element. Immer wenn wir fliegen, wir landen nochmal kurz. Das ist jetzt interessant, weil das habe ich nämlich im Dulux gelesen, dass der Nahrungswert sehr schnell runtergehen soll, angeblich. So, verdammt dags. Also, Nahrungswert ist noch weiter runtergegangen. Wir sind jetzt nochmal drauf. Er droppt auch noch wieder weiter runter. Wenn ich jetzt absteige und jetzt stillstehen bleibt, was passiert dann? Geht er dann wieder hoch oder bleibt da unten? Und wie gesagt, ein Dulux, es geht immer noch weiter runter. Ich haue jetzt nochmal Fleisch rein, dass er dann selbst auch frisst. Also, es scheint so zu sein, dass man ihn schon heftig füttern muss, damit er die Nahrung nicht verliert. Ob das jetzt so gewollt ist oder nicht, keine Ahnung. Es kann ja auch mal jemand in die Kommentare schreiben, der da vielleicht einen Plan von hat. Dann kann ich das im angepinnten Kommentar ergänzen. Ich habe jetzt mal geforcefeedet. Also, das ist ein reingedrückt bis zum Anschlag. Und wir fliegen und es fängt wieder an runterzugehen. Das heißt, man muss ihn, wobei jetzt ist es nur kurz gedroppt. Und jetzt passiert die ganze Zeit gar nichts mehr. I don't know. Wie gesagt, es kann sein, dass es ein Bug ist. Es kann sein, dass es so gewollt ist. Oder wenn irgendwas geknüpft ist, was ich jetzt nicht verstehe. Aber aktuell geht es nicht mehr runter, nachdem wir ihn jetzt nochmal gefüttert haben. Sehr interessant auf jeden Fall. Da solltet ihr auf jeden Fall also darauf aufpassen, wenn ihr euch das erste Mal ein Astro-Service zähmt, dass ihr den erstmal ordentlich füttert, weil es kann sein, dass der Wert erstmal runter geht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, dann wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.